Konfrontiert zu werden mit der Liebe zur Welt. Denn für den, der liebt, eröffnet sich eine neue Welt. Die Liebe verändert auch sein Verhältnis zum Rest der Welt. Man öffnet sich der Welt und spürt eine Verbindung zu ihr. Ich finde diesen Text wunderschön, denn er beschreibt sehr gut die Ressentur.